So, liebe Fußballfreunde, bevor es hier mit Fußball losgeht, haben wir noch ein paar Ehrungen und zwei Jahrhunderts mitbekommen, liebe Eintracht-Fans. Sowohl unser Kapitän Simon Maurer als auch unsere Kontorschütze. Es gibt hier noch eine Ehrung für Simon Maurer und Jan Brandscheid, die hier beide mittlerweile über 200 Spiele für uns Reintracht absolviert haben. Das ist Wahnsinn, Ali. Ja, vollkommen richtig und werden jetzt auch wirklich gebührend geehrt vor dem Spiel im Mosel-Stadion. Ja, und da sehen wir die beiden. Und da haben sie sich was ordentlich ausgedacht und einfallen lassen. Der Vorstand mit einem großen Dankeschön ist leider nicht ganz optimal über die Boxen zu hören, sonst hätte ich auch meinen Schnabel gehalten. Aber mit Sicherheit maximale Worte des Loops von Alfons Jochen und natürlich auch Roman Gottschalk, Ingo Behrens und Simone Schuler. Und das ist tatsächlich eine riesige Auszeichnung und die haben sie sich mehr als verdient. Kamera 3 hat es gleich und Jan Brandscheid witzelt so viel Platz hätte er gar nicht. Kamera 3 hat es und da steht es nochmal mit. Und auch den Daten 5 zu 0, 66. Minute FC Bitburg. Spitzenreiter, Spitzenreiter! Spitzenreiter, Spitzenreiter! Spitzenreiter, Spitzenreiter